So, einmal durch. Ich hoffe, ihr habt gute Ergebnisse erzielt. Wie ihr gemerkt habt, hat sich das hier immer wieder abgewechselt zwischen den Charakteren und den Bedürfnissen. Und es iteriert sich so hin. Von daher ist es absolut sinnvoll und es ist auch nicht zu erwarten, dass ihr die Ideallösung bei einem Durchlauf erwartet habt oder erwarten könnt. Von daher ist es einfach sinnvoll, das immer mal wieder neu zu machen. Vielleicht auch mit einem Partner. Das kann ein Geschäftspartner sein. Das kann aber durchaus auch sehr erfrischend sein, wenn das mal jemand mit einer ganz anderen Perspektive, also euer Steuerberater oder Buchhalter oder vielleicht sogar auch mal mit einem Kunden zusammen. Oder mit einem von euren Lieblingsmenschen, wenn der auch irgendwie unternehmerisch aktiv ist, durchzugehen und dann eben die Gedanken, die euch gekommen sind, zu diskutieren. Mit dem Blick von außen kommt man da auch oft nochmal einen guten Schritt weiter. Also, dann viel Spaß beim Nacharbeiten und viel Erfolg beim Umsetzen. Dankeschön. Dankeschön.